hey leute und herzlich willkommen zu dem part 2 von murder mystery mit smash hallo hallo und ja heute sind wir hier wieder in murder mystery unterwegs und ich hab schon wieder angst ja ich auch ich dachte der hat ein messer in dann freil mich sowas wieder mit dem tag so verfalls ihr übrigens den ersten part von mördern müssen noch nicht gesehen hat und im bock auf sehr viele fails habt dann lasst doch gerne einen daumen nach oben da und checkt auch am ende vom video ist es noch mal hier eingeblendet also der part 1 so mal gucken es kann ja einfach jeder sein es ist so ein risiko was wir machen aber egal ist einfach müssen also ein bisschen hier noch ein schönes herzchen mitnehmen so genau im herz ansammeln im moment passiert deswegen ist das hier eine ganz chillige runde also für die die angst vor dem mörder haben für die die könne hier schön das video angucken aber für die die sich denken der mörder ist halt einfach afk unterwegs ich hab auch gleich die 40 münzen voll let's go wie kann man nur so schlecht sein man kann einfach die ganze zeit rumlaufen nichts passiert der mörder ist halt so eine schmal spur nö man kann sich einfach in den tisch wagen der lebe für meinen kopf steckte gerade fest also falls mich um darauf ob ich keinen mund habe das ist dann halt auch mal so oh mann äh mann sag es voll meiner ist äh komm das letzte coin soll ein herz sein kein coin ein herz ist go und meiner ist auch voll und nein ich konnte gar nicht mehr einsammeln und wir haben easy geworden das war mal ein easy win für farbox und smash also da kann mörder ja nichts hier tun okay jetzt bin ich mal gespannt wer war der ja den habe ich die ganze zeit gesehen diesen noob diesen bacon boah so schlecht er hat auch nur ein standard messer ja okay let's go das hotel so geil es ist es ist natürlich war kann kann gefühlt hier einfach nur in der in den etagen rum okay hier kam gerade eine ansage vom hotel direktor der hört sich an die kapitän farblocks das stimmt immer ja ja dasselbe ja kapitän farblocks falls ihr diese folgen von kapitän farblocks also der schlechteste kapitän der welt und ich gesehen hat die waren so lustig oder auch dann müsst ihr die auf jeden fall abchecken kann ich auch am ende noch mal mit dem part 1 ich habe gerade den mörder gehört ja ich habe ihn gesehen und zwar bin es ich jetzt nein wer war das ich hab's gar nicht gesehen ich weiß wer ist es tatsächlich muss kurz gucken wer ist es der ist es auch nicht ach dieses ok die hat sich getötet ich bin schlecht ja dann würde ich sagen wir sehen uns bei einer nächsten runde also ich will sagen hier gibt es einen kurzen cut und sie ich bin ja gerade in so einer map glaubst du ob das wieder ist weiß ich nicht und eigentlich hier sind zwei hier wurden gerade zwei getötet da hinten irgendwo also der mörder ist still bestimmt ich bin richtig viel wo ist denn der mörder der mörder ist vielleicht hier irgendwie der ist vielleicht in der zweiten etage ich gehe mal in die zweite etage eine farblocks wenn du das bist ich suche den gerade auch ja wie du bist es na dann nee boah ey was machst du ja hallo es gibt nur noch zwei leute und ja du bist es das war knapp ey komm zeig dich nicht spanjumpen das ist unfair für den sheriff hallo nicht hey wieso unfair was ist daran unfair ist mir egal nein ich kann ja nicht abschießen weil du dann die ganze zeit springst das ist doch hallo ey das ist sonst nicht so mit rechten dingen ja ok ich hab aber ich bin ich bin das ja ja so smmage das guerre direkt weiter das war ja grad hier echt eine actionreiche folge so mal gucken So... Chaos 2! Nein, bitte nicht. Immer nur das... Weil, da kann man so schnell gekillt werden. Warum ist jeder da der Fan von? Bitte. Das ist voll cool. Aber es ist 2... Ach, Scheiße. Es ist jetzt 2... Ich glaube, es wird Chaos. Okay, komm. Chaos ist eigentlich geil, ne? Gib's auf einmal. Ja. Ist okay. Okay... So, wer ist jetzt Mörder? Bitte. Bitte nicht ich. Boah, ich bin's. Äh... Und, bist es du's? Warum sollte ich sagen? Wenn ich es überhaupt bin? Stimmt. Was? Hallo, Smash. Ey! Ich... Du bist es safe. Du hast mich so komisch verfolgt. Es könnte hier sein, dass Smash Mörder ist. So, ich... Ich blende euch jetzt nochmal eine Szene ein. Boah, was ich gerade gesehen habe. Stimmt. Also, Smash... Es sieht nicht so gut für dich aus. Ähm... Ich bin tot. Was? Oh. Okay. Äh... Äh... Ja, ich bin auch tot. Sorry, dass ich dachte, du wärst Mörder. Deswegen, Leute, verzeiht mir das bitte. Wir warten jetzt hier auf die nächste Runde. Ich würde mal sagen, hier gibt's auch einen schönen Quad-Cut. Ja. So, es muss eigentlich Millbase werden, Leute. Ich hoffe, ihr gönnt. Boah. Ja, muss eigentlich. Und falls heute, äh... Zufälligerweise, äh... Die Hintergrundmusik vielleicht ein Ticken zu laut ist. Äh... Ist leider so. So. Let's go. Nein, es ist Dings! Nicht Workplace! Nein! Ey, wenn man halt, äh... Sheriff ist das so scheiße. Nein, nicht Workplace. Smash, bist du Mörder? Ich bin nämlich Mörder. Haha, ich werd dich jetzt holen. Nichts. Das ist... NICHT! Was soll denn sein? Ja, du verfolgst mich so. Hey, ist es... Ist es überhaupt erlaubt, dich zu verfolgen? Ja. Ah, du... Okay, ich... Ich muss dich auslöschen. Nein, ich bin's nicht. Ich bin unschuldig. Aber ich... Hoffentlich. Der Mörder ist unter denen. Schieß die scheiße an! Das ist Mörder! Ja, wirklich! In dieser... Mit dem Arcan-Messer. Nee, doch nicht. Das ist also... Arcan-Messer, ey. Ich bin hier schon voll in Age of Magic. Okay. Okay, jetzt wieder zugeschlagen. Und schon wieder! Ey, wer ist das denn? Wo sollen hier Mörder... Oh, hier war er. Hier war er. Er hat den Loop. Ey, der Blaue ist es. Schnell weg hier. Der Blaue? Der ist grad bei mir vorbei. Also, ich glaub... Ich vermute mal, der Blaue ist es. Ich bin mir aber nicht safe. Was verfolgt die mich so komisch? Mich verfolge mit jeder. Ja, hast du denn die Waffe in der Hand? Ja, klar. Ja, okay, dann weiß der Mörder wahrscheinlich, du bist schon Sheriff. Oh, der Blaue! Boah! Ich weiß, wer das ist. Der hat mich... Oh, nein! So ein Mist! Aber Leute, falls euch der Part 2 von MM2 gefallen hat... Ey, ich bin immer noch nicht Mörder geworden! Ja, und ihr noch ein Part 2 sehen wollt... Äh, Part 3, meinte ich. Wie Smash auch mal Mörder wird, dann lasst doch gerne ein schönes Däumchen da. Abonniert, wenn ihr es noch nicht habt. Und, äh, ja, wenn ihr Bock auf mehr, dann schreibt doch gerne Tricks und Tipps in die Kommentare. Aber eigentlich ist es anders. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in einem nächsten entspannten Video mit Smash oder Nini oder auch alleine. Aber dann würde ich sagen und... Ciao, ciao, Smash! Okay, dann ohne Smash. Tschüss!